Peter, wenn du isst, ist nichts Versöhnliches. Peter, ein Muskelpaket wie du von der Figur her bist du eher frei, was willst du nicht? Peter müsste nämlich schmink sein, agil. Ach, ich glaub, das krieg ich hin. Könntest du mich vielleicht deiner Freundin Granger vorstellen? Ich würde ja nämlich gern etwas näher kommen, falls du verstehst.